Nach einem überraschenden Vorfall kursierten Gerüchte, dass Olivia etwas so Unerwartetes getan hat, dass man sich entschied, sie nicht mehr in der Show auftreten zu lassen. Viele Menschen waren schockiert, da Olivia sehr beliebt war. Die Fans fragen sich, was wirklich in jener Nacht geschah. Zuerst jedoch tauchten verschiedene Gerüchte über sie auf, die Fragen aufwarfen, wie zum Beispiel Wie wurde Olivia Newton berühmt? Was war so problematisch an ihrem Privatleben und ihren Charakterfehlern? Begleiten Sie uns, während wir entdecken, wie Olivia Newton John Johnny Carson in der Two-Night-Show schockierte. Frühe Kindheit Olivia Newton John wurde am 26. September 1948 in Cambridge, England, geboren. Ihre Eltern waren Brynley Bryn Newton und Irene Helen Born Bryn. Ihr Vater stammte aus Wales und kam aus einer Mittelschicht-Familie. Olivia Newton John wurde in eine bemerkenswerte Familie hineingeboren. Ihre Großmutter Irene, die aus Deutschland stammte, gehörte einer jüdischen Familie an, die 1933 nach Großbritannien auswanderte, um den Nazis zu entkommen. Olivias Großvater mütterlicherseits war Max, ein berühmter Physiker und Nobelpreisträger. Ihre Großmutter Hedwig war die Tochter von Viktor Ahrenberg, einem deutschen jüdischen Juristen, und seiner Frau, Helen Agatha, von Jaring. Über Helen Agatha war Olivia eine Nachfahrin von Martin Luther, dem berühmten protestantischen Theologen. Und raten Sie mal, sie war auch mit einem spanischen König aus früherer Zeit verwandt. Olivias Ururgroßvater war der bekannte Jurist Rudolf von Jaring, und ihr Onkel war der berühmte Pharmakologe Gustav Born. Sie war sogar über die Aronburg-Linie mit dem Komiker Ben Elton verwandt. Olivias Vater war während des Zweiten Weltkriegs M.A.O. 5-Offizier. Er arbeitete am Enigma-Projekt in Bletchley Park, dem strenggeheimen Code-Knacker-Team. Er nahm sogar den hochrangigen Nazi Rudolf Hess während des Krieges in Gewahrsam. Nach dem Krieg wurde er Schulleiter einer jungen Schule in Cambridgeshire. Und in dieser Zeit wurde Olivia geboren. Olivia war die jüngste von drei Kindern. Sie hatte einen älteren Bruder namens Hugh, der später Arzt wurde, und eine ältere Schwester namens Rona, die Schauspielerin war. Rona war mit einem Restaurantbesitzer namens Brian Goldsmith verheiratet und später mit Jeff Conaway, der zusammen mit Olivia im Film Grease spielte. Olivia hatte auch einen Halbbruder namens Toby und eine Halbschwester namens Sarah aus der zweiten Ehe ihres Vaters. Als Olivia fünf Jahre alt war, zog ihre Familie nach Melbourne, Australien. Sie reisten mit einem Schiff namens SS Strate Anfang 1954 nach Melbourne. Ihr Vater arbeitete dort als Professor und war Leiter des Ormond College an der Universität von Melbourne. Olivias Familie ging regelmäßig in die Kirche, da ihr Vater die Leitung eines presbyterianischen Colleges innehatte. Sie besuchte die Christ Church Grammar School in South Yarra, einem Vorort von Melbourne, und später die University High School in Parkville. Frühe Karriere Olivia Newton-Johns berühmte Familienverbindung Olivia Newton-John, berühmt für ihre Gesangskarriere, ging in die Grundschule mit Daryl Braithwaite, einem anderen bekannten Sänger. Mit 14 Jahren gründete Olivia eine Gesangsgruppe mit drei Freunden namens Soul Four. Sie traten oft in einem Café auf, das ihrem Schwager gehörte. Ursprünglich wollte Olivia Tierärztin werden, aber sie bezweifelte, dass sie die naturwissenschaftlichen Prüfungen bestehen würde. Also entschied sie sich, sich stattdessen auf das Performen zu konzentrieren. 1964 wurde Olivias Schauspieltalent entdeckt, als sie Lady Mary in einem Theaterstück ihrer Schule namens The Admirable Crichton spielte. Sie gewann sogar einen Schauspielpreis für die beste Schülerin. Danach wurde Olivia regelmäßig in australischen Fernsehsendungen wie Time for Terry und The Happy Show gezeigt, wo sie als Lovely Libby bekannt war. Sie trat auch in The Go Show auf, wo sie den Sänger Pat Carroll und den zukünftigen Musikproduzenten John Farrar traf. Pat Carroll und Olivia bildeten schließlich ein Duo. Olivia gewann einen Talentwettbewerb in der Fernsehsendung Sing, Sing, Sing. Sie sang zwei Lieder, Anyone Who Had A Heart und Everything's Coming Up Roses. Der Preis war eine Reise nach Großbritannien, aber Olivia wollte zuerst nicht gehen. Ihre Mutter überzeugte sie schließlich, dass es eine gute Erfahrung sein würde. Der allmähliche, aber stetige Aufstieg von Olivia Newton Johns' Ruhm? Während ihres Aufenthalts in Großbritannien vermisste Olivia ihren Freund Ian Turpy, mit dem sie in einem australischen Fernsehfilm namens Funny Things Happen Down Under gespielt hatte. Sie plante viele Reisen zurück nach Australien, aber ihre Mutter sagte diese ab. 1966 nahm Olivia ihre erste Single Till You Say You'll Be Mine in Großbritannien für Decker Records auf. Die Dinge begannen sich zu verbessern, als Pat Carroll nach Großbritannien zog und Olivia und Pat ein Duo namens Pat & Olivia bildeten, das in Nachtclubs in Europa auftrat. Einmal traten sie in einem Stripclub auf, ohne es zu merken, bis sie bereits auf der Bühne standen, gekleidet in Rüschenkleider mit hohem Kragen. Sie sangen auch Background-Vocals für andere Künstler, darunter einen Song von den Easy Beats. Als Pat's Visum ablief, musste sie nach Australien zurückkehren, aber Olivia blieb in Großbritannien, um ihre Solo-Karriere fortzusetzen. Olivia trat einer Gruppe namens Tomorrow bei, die von einem amerikanischen Produzenten namens Don Kirschner zusammengestellt wurde. 1970 spielte die Gruppe in einem Science-Fiction-Musical-Film namens Tomorrow mit und nahm ein Soundtrack-Album auf. Leider waren weder der Film noch das Album erfolgreich und die Gruppe löste sich auf. Nach der Trennung veröffentlichte Olivia ihr erstes Solo-Album If Not For You und der gleichnamige Titel, geschrieben von Bob Dylan, wurde ihr erster großer Hit. Sie folgte diesem Erfolg mit einem weiteren Hit, Banks of the Ohio, der in Großbritannien und Australien sehr populär war. Zwei Jahre in Folge wurde sie von der Zeitschrift Record Mirror zur besten britischen Sängerin gewählt. Außerdem trat sie häufig in Cliff Richards' Show It's Cliff Richard auf und spielte zusammen mit ihm in dem Fernsehfilm The Case. Ihre nächsten Lieder waren in den USA weniger erfolgreich, aber 1973 brachte sie Let Me Be There heraus, was alles veränderte. Das Lied wurde ein Top-Ten-Hit in den USA und brachte ihr einen Grammy als beste Country-Sängerin sowie eine Auszeichnung als vielversprechendste Sängerin ein. Ihr Album Let Me Be There war ebenfalls ein Erfolg, besonders in den USA und Kanada. Olivia vertrat das Vereinigte Königreich im Eurovision Song Contest mit dem Lied Long Live Love. Obwohl sie das Lied, das von der britischen Öffentlichkeit ausgewählt wurde, nicht mochte, belegte sie den vierten Platz hinter dem Siegersong Waterloo von ABBA. Alle sechs Eurovision-Lieder, die Olivia sang, wurden aufgenommen und auf ihrem Album Long Live Love veröffentlicht, ihrem ersten bei EMI Records. In den USA und Kanada wurde das Album unter einem anderen Namen veröffentlicht. Wenn du mich liebst, sag es mir. Dieses Album enthielt ihre Eurovision Songs nicht, sondern stattdessen neue Lieder im Country-Stil, um von dem Erfolg ihres Hits Let Me Be There zu profitieren. Das Album war eine Mischung aus Liedern ihrer anderen Alben, wobei nur der Titelsong neu war. Der Clou. Das Album erreichte sowohl in den Pop- als auch in den Country-Charts Platz 1. Der Titelsong If You Love Me Let Me Know war die erste Single und erreichte Platz 5 in den Pop-Charts, Platz 2 in den Country-Charts und Platz 2 in den Adult-Contemporary AC-Charts. Das wirklich Interessante war ihre nächste Single, die zu ihrem Markenzeichen wurde. Geschrieben von Jeff Berry und Peter Allen wurde es ihr erster Nummer-eins-Hit in den Pop-Charts, blieb zwei Wochen an der Spitze und brachte ihr zwei Grammy Awards ein. In ihrer Autobiografie von 2018 sagte Olivia, dieses Lied sei einfach, aber von tiefer Bedeutung. 1974 gewann Olivia den Preis der British Country Music Association als Sängerin des Jahres in London, was angeblich in den USA für einige Kontroversen sorgte. Einige Country-Musik-Fans mochten es nicht, dass eine ausländische Sängerin in ihrem Genre Preise gewann. Trotz dieser Kritik gewann Olivia einen Grammy für Let Me Be There und wurde zur Sängerin des Jahres der Country Music Association gekürt. Das war bemerkenswert, da sie damit berühmte Country-Sängerinnen wie Loretta Lynn, Dolly Parton und Tanja Tucker übertraf. Diese Kontroverse führte zur Gründung einer Gruppe namens Association of Country Entertainers, aber letztlich gewann Olivia die Unterstützung der Country-Musikgemeinschaft. Sogar die Schwester von Dolly Parton nahm ein Lied zu Ehren von Olivia auf, genannt Ode to Olivia. Olivias nächstes Album, Have You Never Been Mellow, erreichte ebenfalls die Spitze der Charts und Olivia Newton-John stellte einen Rekord für die kürzeste Zeitspanne zwischen zwei Nummer-eins-Alben einer Künstlerin auf. Dieser Rekord hielt 45 Jahre, bis er 2020 von Taylor Swift gebrochen wurde. Das Album enthielt Hits wie Have You Never Been Mellow und Please, Mr. Please. Auch wenn ihr nächstes Album, Clearly Love, nicht so erfolgreich war, erreichte Olivia weiterhin goldene Schallplatten und blieb mit vielen Nummer-eins-Singles in den Adult-Contemporary-Charts beliebt. 1978 gelang ihr ein großes Comeback. Grease, Olivia Newton-John, auf der Kinoleinwand. Olivias Weg ist eine wahre Geschichte von Widerstandskraft und Erfolg. In der Musikwelt stieg Olivia Newton-Johns Ruhm wie eine Rakete auf, nachdem sie die Rolle der Sandy im berühmten Film Grease ergatterte. Die Geschichte besagt, dass sie die Rolle bekam, nachdem sie den Produzenten Alan Carr bei einem schicken Abendessen, das von Helen Reddy veranstaltet wurde, getroffen hatte. Ein interessanter Fakt dabei war, dass Olivia nicht ganz überzeugt davon war, eine Highschool-Schülerin zu spielen, da sie zu diesem Zeitpunkt bereits 28 Jahre alt war. Um zu beweisen, dass sie das Zeug dazu hatte, verlangte sie einen Screentest mit keinem geringeren als dem Hauptdarsteller des Films, John Travolta. Die Magie von Grease erleuchtete 1978 die große Leinwand und machte den Film zum Stadtgespräch. Der Soundtrack war ein riesiger Erfolg. Und hielt sich zwölf Wochen lang auf Platz 1. Und wissen Sie was? Olivia landete drei Singles in den Top 5, darunter den Mega-Hit You're the one that I want mit John Travolta. Aber das ist noch nicht alles. Der Grease-Wahnsinn hörte hier nicht auf. Das Album wurde zu einem der meistverkauften Soundtracks aller Zeiten. Im Jahr 2006 war Olivias Unternehmen jedoch nicht allzu erfreut über unbezahlte Tantiemen aus dem Grease-Soundtrack. Sie verklagten Universal Music Group auf eine Million Dollar. Nach einigem Hin und Her einigten sie sich schließlich 2007. Olivias herausragende Leistung in Grease blieb nicht unbemerkt. Sie gewann einen People's Choice Award und erhielt eine Golden Globe-Nominierung als beste Schauspielerin in einem Musical. Und wer könnte ihre emotionale Darbietung von Hopelessly Devoted to You bei den Academy Awards 1979 vergessen? Sie gab allen Gänsehaut. Auch Jahre später hat der Charme von Grease nicht nachgelassen. Der Film kam zum 20-jährigen Jubiläum wieder in die Kinos, was beweist, dass er immer noch ein Hit ist. Als Olivia 2022 verstarb, entschied sich AMC, den Film für eine Sondervorstellung wieder ins Kino zu bringen, wobei ein Teil der Einnahmen in die Brustkrebsforschung, ein Olivia nahegehendes Anliegen, floss. Im November 1978 veröffentlichte sie ihr Album Totally Hot und es sorgte für Aufsehen. Auf dem Cover in Leder gekleidet drückte Olivias kantiger Look aus Grease in den Vordergrund. Die Singles des Albums wie A Little More Love und Deeper Than The Night zeigten eine frechere Seite von Olivias Musik. Olivia Newton-John und MCA schlossen einen anfänglichen Zwei-Jahres-Vier-Album-Vertrag ab, in dem sie erwartete, zwei LPs pro Jahr für die Plattenfirma zu liefern. MCA hatte auch die Option, den Vertrag um sechs weitere Alben und drei weitere Jahre zu verlängern und wenn die Künstlerin nicht rechtzeitig lieferte, konnte MCA angeblich die Vertragslaufzeit verlängern. Nach ihrer neuen Vereinbarung mit MCA erschienen Olivias erste drei Alben, beginnend mit Clearly Love planmäßig. Ihr viertes Album Making a Good Thing Better verspätete sich jedoch. Diese Verzögerung trat ungefähr zur gleichen Zeit auf, als sie an Grease für RSO Records arbeitete und die Verschiebung gab MCA, die offenbar daran interessiert waren, ihre Kontrolle über die Künstlerin zu behalten, möglicherweise das Recht, ihre Option zur Verlängerung des Vertrags auszuüben und sie daran zu hindern, bei einem anderen Unternehmen zu unterschreiben, da sie auch kein neues Option-Album lieferte. Am 31. Mai 1978 reichten Olivia Newton-John und MCA jeweils eine Klage wegen Vertragsbruches gegeneinander ein. Newton-John forderte 10 Millionen Dollar und behauptete, dass MCA durch das Versäumnis, ihr Produkt angemessen zu fördern und zu bewerben, sie von ihrer Vereinbarung entbunden habe. MCAs Gegenklage verlangte eine Million Dollar Schadensersatz und eine einstweilige Verfügung gegen Newton-John für ein anderes Musikunternehmen zu arbeiten. Letztendlich wurde Newton-John untersagt, ihre Aufnahmeleistungen einem anderen Label anzubieten, bis der fünfjährige Vertrag abgelaufen war. Die ursprüngliche Vereinbarung wurde nicht automatisch verlängert, obwohl sie die im Vertrag angegebene Anzahl von Schallplatten nicht vollständig geliefert hatte. Als Ergebnis der Klage änderten Plattenfirmen ihre Verträge dahingehend, dass sie auf der Anzahl der von den Musikern aufgenommenen Alben basieren und nicht auf einer bestimmten Anzahl von Jahren. Einer der am meisten diskutierten Aspekte in Olivias Leben waren ihre Beziehungen, von ihrer hochkarätigen Ehe mit dem Schauspieler Matt Latanzi bis zu ihrer stürmischen Romanze mit dem Kameramann Patrick McDermott. Olivias Liebesleben war oft in den Schlagzeilen. Es waren jedoch ihre Scheidungen, die für Kontroversen sorgten. Ihre Trennung von Latanzi 1995 nach elf Jahren Ehe schockierte viele Fans, die ihre scheinbar perfekte Beziehung bewundert hatten. Kampf gegen den Krebs Olivias Kampf gegen den Krebs war wohl die persönlichste und öffentlichste Herausforderung, der sie sich jemals stellen musste. Diese Nachricht traf sie in einer schwierigen Zeit, Zeit, da sie ungefähr zur gleichen Zeit ihren Vater verlor. Mit dieser Diagnose musste sie all ihre Pläne zur Promotion ihres neuen Albums und ihrer Tournee auf Eis legen. Doch Newton John ließ sich vom Krebs nicht besiegen. Sie kämpfte hart und besiegte die Krankheit schließlich. Anstatt sich von ihrem Leid niederschlagen zu lassen, beschloss sie, ihre Erfahrungen zu nutzen, um anderen zu helfen. Sie wurde zu einer starken Fürsprecherin für die Brustkrebsforschung und begann auch, sich zu anderen Gesundheitsthemen zu äußern. Eine Möglichkeit, wie sie das Bewusstsein verbreitete, war, indem sie als Sprecherin für ein Produkt namens LiveKit auftrat, dass Frauen hilft, Selbstuntersuchungen auf Brustkrebs durchzuführen. Darüber hinaus übernahm sie die Rolle der nationalen Sprecherin für den Colette Tudor Environmental Fund. Diese Organisation lag ihr besonders am Herzen, da sie nach der Tochter ihrer Freundin, Nancy Tudor, benannt wurde, die tragischerweise in jungen Jahren an Krebs verstarb. Newton Johns Kampf gegen den Krebs beeinflusste auch die Art der Musik, die sie machte. Im Jahr 1994 veröffentlichte sie ein Album namens Gaia One Woman's Journey, das die Geschichte ihres Kampfes erzählte. Es war ein sehr persönliches Projekt, da sie alle Musikstücke und Texte selbst schrieb. Das Album erhielt große Anerkennung und zeigte ihr Talent nicht nur als Sängerin, sondern auch als Songwriterin. Einige der Lieder von Gaia wurden recht populär. Der Song No Matter What You Do schaffte es in die Top 40 der Charts in Australien, während Don't Cut Me Down in einem Film namens It's My Party zu hören war, der sich mit Umweltthemen beschäftigte. Andere Lieder wie Not Going to Give Into It und The Way of Love fanden ihren Weg in verschiedene Filme und TV-Shows. Neben ihrer Musikkarriere widmete sich Newton-John auch Umweltthemen. Sie war mehrere Jahre lang Präsidentin der Isle of Man Basking Shark Society, was ihr Engagement für den Schutz des Meereslebens zeigte. Selbst in Zeiten der Widrigkeiten strahlte Newton-John weiterhin. Sie ließ sich vom Krebs nicht definieren, sondern nutzte ihre Erfahrung, um positive Veränderungen in der Welt zu bewirken. Ihre Widerstandskraft und Stärke inspirieren weiterhin Menschen überall auf der Welt. Eine Untersuchung der US-Küstenwache, die auf den verfügbaren Beweisen basierte und im Jahr 2008 veröffentlicht wurde, deutete darauf hin, dass McDermott auf See verloren ging. Ein Freund berichtete den Ermittlern, dass McDermott nach ihrer Trennung traurig, aber nicht verzweifelt gewirkt habe. Im April 2010 behauptete ein Privatdetektiv, der von einer amerikanischen Fernsehsendung beauftragt worden war, dass McDermott noch lebe und seinen Tod vorgetäuscht habe, um eine Lebensversicherung auszuzahlen, konnte jedoch keine Beweise vorlegen, außer der Aussage, dass sie überzeugt seien. Ein neuer Podcast, der das Rätsel um das Verschwinden von Olivia Newton Johns Ex-Freund beleuchtet, hat die Theorie widerlegt, dass er seinen eigenen Tod vorgetäuscht habe. Patrick McDermott, ein Kameramann, der die verstorbene Schauspielerin und Sängerin von 1995 bis 2005 immer wieder datete, war 48 Jahre alt, als er im Juni 2005 verschwand, nachdem er einen nächtlichen Angelausflug vor der Küste von Los Angeles mit 22 anderen Personen unternommen hatte. Am nächsten Tag, als die anderen Passagiere das Boot verließen, fanden die Besatzungsmitglieder keine Spur von Patrick, aber seine Autoschlüssel und sein Portemonnaie waren noch an Bord. Da die Besatzung jedoch keine Passagierzählung durchgeführt hatte, dauerte es eine weitere Woche, bis jemand bemerkte, dass Patrick nicht von der Reise zurückgekehrt war, als er am 6. Juli nicht zu einer Familienveranstaltung erschien. Sein Auto blieb in der Nähe des Hafens von San Pedro geparkt. 17 Jahre später und ohne eine Spur von Patrick haben viele die Theorie untersucht, dass er seinen eigenen Tod aufgrund finanzieller Schwierigkeiten vorgetäuscht habe. Es wurde berichtet, dass er mit 30.000 Dollar verschuldet war und Insolvenz anmelden musste, weil er dem Hollywood-Lifestyle nicht mehr standhalten konnte. Doch nach der Untersuchung der Umstände seines Verschwindens erklärten die Moderatoren des Podcasts Pseudocide – The Disappearance of Patrick McDermott gegenüber Female, dass sie glauben, Patrick sei wirklich bei dem Angelausflug gestorben und verschiedene Sichtungen des Kameramanns würden nicht standhalten. Im Laufe der neuen Podcast-Serie interviewten die Moderatoren Wes Stobbe, einen Kanadier aus der Provinz Manitoba, dessen Bild am 20. November 2017 auf der Titelseite des National Enquirer mit der Schlagzeile »Zwölfjährige Rätsel gelöst« abgedruckt wurde. Er erzählte den Podcast-Moderatoren von seinem Schock, als er sein Foto sah, das aus seinem Ferienhaus in Sayulita, Mexiko verkauft und als Foto von Patrick McDermott ausgegeben wurde. Ihm zufolge sagte er »Ich sehe ihm nicht ähnlich, aber anscheinend denken einige Leute das.« Wes, ein Wirt, fügte hinzu, dass er einfach nur lachen musste und in Gelächter ausbrach, als er aufwachte und sah, dass eine ganze Kontroverse um ihn entstanden war. Er berichtete auch, dass seine Freunde ebenfalls sehr amüsiert waren, das Foto auf der Titelseite zu sehen und dass einer seiner stark tätowierten Freunde die Gelegenheit nutzte, um ein neues Tattoo zu bekommen, das an den Vorfall erinnert. Abgesehen von der Heiterkeit des Verwechslungsfalls offenbarte Wes den Moderatoren jedoch, dass er sich wegen des Vorfalls schuldig fühlte. Ich hatte irgendwie Mitleid, vielleicht mit einem Teil der Familie, der sich möglicherweise an die schwache Hoffnung klammert, dass er noch lebendig gefunden werden könnte, sagt er und erinnert sich daran, wie er versuchte Olivia Newton-John zu kontaktieren, um zu bestätigen, dass er nicht ihr vermisster Ex-Partner sei. Während das Verschwinden von Patrick von Mysterien umgeben war, richteten Privatdetektive eine Website namens findpatrickmcdermott.com ein, die die Standorte ihrer Besucher verfolgte. Nachdem eine Flut von Webverkehr aus der Stadt Sayulita einging, konzentrierte sich der Fall auf die mexikanische Stadt. Nachdem sie die Berichte gelesen hatten, sprachen die Moderatoren mit dem Gemeindeleiter in Sayulita, Osvaldo, einem der Einheimischen, die angeblich Patrick in der Stadt gesehen hatten. Als er jedoch von den Journalisten kontaktiert wurde, fragte er Patrick wer und erklärte weiter, dass er Patrick nicht gesehen oder gesprochen hatte, was im Gegensatz zu dem Stand, was 2016 in El Pais berichtet wurde. Es stellte sich bald heraus, dass viele Einheimische in Sayulita über Sichtungen von Patrick gesprochen hatten, aber es war unklar, ob tatsächlich jemand ihn persönlich gesehen hatte. Die Moderatoren kontaktierten zehn Personen, die zuvor zitiert worden waren und behaupteten, Patrick in Sayulita gesehen zu haben, aber keiner von ihnen konnte bestätigen, dass er ihn tatsächlich selbst gesehen hatte. Im Gespräch mit Female sagten die Moderatoren, es sei seltsam, zu erfahren, dass niemand in Sayulita Patrick selbst gesehen hatte. Im Jahr 2016 offenbarte Olivia, dass sie den Gerüchten, ihr vermisster Ex-Partner sei noch am Leben keinen Glauben schenkte und schloss, dass er wahrscheinlich bei dem Angelausflug gestorben sei. Sie sagte in einem Interview mit 60 Minuten, es ist menschlich, sich zu fragen. Denn immer, wenn man durch schwierige Zeiten geht, gibt es immer diese Bedenken. Das sind die Dinge im Leben, die man akzeptieren und loslassen muss. Natürlich kommen immer wieder Fragen auf und das ist menschlich. Aber wissen Sie, ich lebe weiter. Im Jahr 1993 lernte Newton John John Easterling kennen, den Gründer und Präsidenten des Amazon Herb Company, die er 1990 gegründet hatte und 2012 an Trava Inc. verkaufte, das auch als Amazon bekannt ist. John Easterling ist ein Öko-Unternehmer, der ursprünglich botanische Produkte aus dem Regenwald vermarktete und derzeit Happy Tree Microbes betreibt, das natürliche Pflanzenprodukte anbietet. Als Newton John und Easterling sich das erste Mal trafen, waren beide noch mit anderen Partnern verheiratet. Doch im Jahr 2007 begannen sie sich zu verabreden und heirateten in einer spirituellen Zeremonie in Peru am 21. Juni 2008, gefolgt von einer legalen Zeremonie neun Tage später, am 30. Juni 2008 auf Jupiter Island, Florida. Der Tod und das Vermächtnis von Olivia Newton John Olivia Newton John verstarb am 8. August 2022 im Alter von 73 Jahren in ihrem Haus im Santa Unis Valley in Kalifornien. Tribut zollten ihr John Travolta, Barbara Streisand, der australische Premierminister Anthony Albanese und viele andere Prominente. Als Zeichen des Respekts wurden viele Wahrzeichen in Melbourne und Sydney beleuchtet. Im September 2022 hielt die Familie Newton John eine kleine und sehr private Gedenkfeier in Kalifornien für die Sängerin ab, die darum gebeten hatte, eingeäschert zu werden und ihre Asche in Byron Bay auf ihrer Ranch in Santa Unis und an anderen Orten zu verstreuen, die sie liebte. Der Staat Victoria bot der Familie Newton John ein Staatsbegräbnis an, das ihre Nichte, Toddy Goldsmith, annahm. Newton Johns australische Gedenkfeier, die von David Campbell moderiert wurde, fand am 26. Februar 2023 in der Hammer Hall in Melbourne statt und beinhaltete Nachrufe von ihrem Witwer und ihrer Tochter, ein Zeugnis ihrer Charakterstärke, ihres Optimismus und ihrer Großzügigkeit von Fernsehpersönlichkeit Richard Wilkins, Montagen ihrer Karriere, ihres Familienlebens und ihres Wellnesszentrums, ein Medley ihrer Hits, das von Goodrum aufgeführt wurde und vorab aufgezeichnete Video-Hommagen von Elton John, Mariah Carey, Barry Gibb und Nicole Kidman. Olivia Newton John wird nicht nur als talentierte Sängerin und Schauspielerin in Erinnerung bleiben, sondern auch als Kämpferin, die niemals aufgab. Ihr Werk hat das Leben vieler Menschen berührt und ihnen durch ihre Auftritte Freude und durch ihre Fürsprache und wohltätige Arbeit Hoffnung gegeben. Sie zeigte uns, dass es möglich ist, auch in schwierigen Zeiten hell zu strahlen. Olivias Geschichte ist eine von Widerstandskraft und Freundlichkeit. Ihr Leben erinnert uns daran, dass wir mit Stärke und einer positiven Einstellung unsere Schwierigkeiten überwinden und die Welt zu einem besseren Ort machen können. Das Vermächtnis von Olivia Newton John wird noch viele Jahre lang Menschen inspirieren und helfen.